Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Fight die roten Steine. Und zwar diesmal, ähm, ich habe keine Ahnung was für ein roter Stein, aber ich weiß wo er ist. Das ist ja schon mal die halbe Miete. Und zwar... Nach Jakku. Kapitel 1, Angriff auf Jakku. Freie Spiel bitte. Kann nicht verkehrt sein. Rückzug zum Dorf, genau das hier. Und dazu, äh, glaube ich, brauchst du keinen besonderen Charakter. Ja, nicht, dass ich wüsste. Ja. Ja, ich drücke einfach mal schnell hier weiter, ne? Ich denke, das kennst du von der Story. Oh, sich hier nicht lange aufhalten. So, okay, dieser rote Stein. Recht einfach. Ach, warte mal, ich muss hier erstmal meine Gefolgschaft erledigen. Ach ja, einen Stad-Magnet habe ich auch, ne? Guckst du dir an. Du musst hier echt nicht weit laufen. Das ist echt geil. So. Ja, hier einfach ganz nach rechts, soweit ich weiß. Und zwar zu dieser jungen Dame hier. Da gibt es denn einige so komische Dinger da. Die beschießt sie denn. Genau, und dann gleich nochmal da oben. Zack. Und dann haben wir den nächsten roten Stein. Nicht auf mich schießen, bist du wahnsinnig. So, und da haben wir den roten Stein. Einfacher geht's doch nicht. So, und dann kann man gleich wieder... Reiß aus, ab nach Haus. Speichern und verlassen. Angriff auf Jakku. Erknittert hat das jetzt überhaupt nichts gebracht. Roter Stein freigeschaltet. Ich weiß. Ich will nur wissen, was für einen. Level verlassen, bitte. So, da sind wir wieder mit dem Millennium Falken, ist klar. Ich muss da ein Ding ins Machen und so. Blablabla. Aber ich glaube, ich mache gleich nochmal eine Story, dann brauche ich das nicht andauernd machen. Aber dann weiß ich nicht, ob ich dann wieder in den Millennium Falken komme. Ja, aus einem anderen Schiff auf Lichtgeschwindigkeit zu springen, war wohl nicht so klug. Ich muss dieses Chaos irgendwie in Ordnung bringen. Seht mal in der buchsteitigen Wartungskammer nach. Ich verzeichne hier einen seltsamen Energieverlust. Okay. Ne, mache ich jetzt nicht. Mache ich später. Erstmal gucke ich nach, was für einen roten Stein wir dann gekriegt haben. Und zwar schnell bauen. Kostet 100.000. Ich würde aber sagen, das kann ich mir jetzt noch getrost sparen. Denn jetzt werde ich auf jeden Fall für den Stutt mal 2, denke ich mal müsste der sein, eine Million, das ist nicht gerade ohne. Ja, das werde ich erstmal sparen. Auf den Stutt mal 2 Magneten. Ansonsten, Stutt mal 2 roten Stein. So, ansonsten hoffe ich, konnte ich damit weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.